Das hat er bei mir um die Hitzkasse. Ich weiß, wo die Kappa war. Siebel, ja. So, Alter. Aber hey, Martin, hast du was gelernt? Was machst du, wenn du von meinem Geburtstag holen kannst? Schlafen. Nein. Was machst du, wenn du von meinem Geburtstag weglaufst und holen kannst? Die erste Bank ist laufend. Nein. Du steckst ins Auto ein, weil du zahlst das Rechen wie wenn Fahrrad marschelt. Ist ja Frechheit. Ja, das ist... Wir haben es den selben geschickt, der dir erzählt ist. Wie glaubst du denn? Das ist falsch, mit dem Fahrrad zahlst du... Der hat genauso viel zahlt wie... Du hast gesagt, der kann ich mehr und du fahren. Hey!